Liebe Mädchen und alle, die seit 30 Jahren dabei sind, darf man ja gar nicht mehr so nennen. Mein Name ist Eckart Hirschhausen und ich finde es großartig, was ihr macht. Denn Lachen ist nicht nur die beste Medizin, sondern Singen auch. Ich bin ja Arzt und mich hat immer interessiert, was können Menschen tun, um selber widerstandsfähig zu werden. Und Freude zu haben im Leben. Und unter all dem, was die positive Psychologie herausgefunden hat, ist Musik machen, sich mit anderen zu verbinden, gemeinsam positive Dinge in die Welt zu setzen, eine der besten Dinge, die man für sich und für andere tun kann. Beim Singen fühlt man sich automatisch zu einer Gruppe. Woher kommt das Singen eigentlich? Das ist älter als die Sprache. Viele denken, wenn man ist geboren, um zu sprechen, dann bleibt man das Singen. Es ist genau andersrum. Das Singen war vorher da. Deswegen wünsche ich euch zu eurem Jubiläum, dass ihr in 30, 60, 90 Jahren noch alle am Singen seid. Also, toi, toi, toi für die nächsten 30 Jahre. Und ich höre euch gerne das nächste Mal wieder live.